Ja moin, damit willkommen zu einer neuen Folge der Städtetreieck. Linie 41, Sisselforst, Sisselforzer, Entschuldigung, Hoppala, Busbahnhof Richtung, ja Busbahnhof, da hab ich ja schon. Keine Vergrößerung, auch gut. Ähm, ja, nachdem jetzt mal eine neue Linie am Start ist und hoffentlich diese Fahrgäste heute nicht meckern, bin ich mal gespannt, ob er heute alles so im Rahmen des möglichen Klappen tut. Jumai. Äh, ja. Wieder zu wenig Haltestellen, ja. Äh, hä, hä, wo soll ich denn hinfahre? Das ist mir gerade ein bisschen zu viel, ne? Was, im Flirt-Express? Äh, hä, hallo, erstmal, ich bin der schöne Busfahrer Bartolo. Willkommen bei mir im Bus, der Flirt-Express. Schmeiß den raus aus dem Trink. Hau weg, die Scheiße. Bussteig 4, lass uns gerade mal gucken, wo der ist, ey. Ach, Bussteig 4, vorne ist er. Haltestellen. Haltestellen. Alter Feiler, aber Hauptsache, Hauptsache der Bart fährt eine Ehrenrunde, das ist doch wirklich gut. Oh, Jesus Maria, das ist doch, das gibt's nicht, das gibt's nicht. So, Abfahrt. So, oh, die brauchen wir ja nicht. Kaper City, hm, nicht schlecht, ja, ich weiß, dann können wir auch noch auf der Strecke fahren, aber das nächste Mal. Sprühndorf Rathaus. Oh, auf jeden Fall. Endlich mal eine neue Strecke, ey. Ihr gehört doch nicht dazu. Steht nicht auf dem Haldeplan. Ui, hoffentlich fährt er bloß gut, ey. Ich hoffe aber nicht, dass es diese Slalomstrecke, äh, die wir schon mal gefahren sind, wo ich hier die falsche, das allererste Mal die falsche Routenliste mit drin hatte, oder geschildert habe, vor allem. Das sind wir ja so ins Tal runtergefahren mit diesem schönen Slalom, wo ich dann mindestens auf jeden Fall, ähm, ah ja. Ne, wie, irgendwie hab ich, wie hab ich die, wie hab ich die Folge genannt, die Lost-Fahrt, ne? Hallo. Ich vermute mal, du willst auch noch mit, hab ich richtig? Ja, hab ich mir schon gedacht. Genau, die Lost-Boy-Fahrt, ey, hab ich sie ja genannt. Das war vielleicht ein Ding, ey. Schnell es sich bitte gut an, bevor sie wieder anfangen zu meckern. Achso, es gibt ja keine Anstallpflicht hier. Ah. Bahnhofstraße. Einführen. Ja. Ich würde ja gerne noch was anderes einführen, aber es geht leider nicht. Schmeiß mich weg. Das war aber knapp. Meine Tasse Auszeit. Ja, Galo von die Dusche. Was, willst du schon gehen? Von der Gala? Oh, mein Gott, ey. Oh. Hallo. Ja, siehst du, er macht's richtig. Er fährt in Kappa City. Sprühndorf, S-Bahnhof. Das war so ne... ...zu weiteren Buslinien der OGIS, sowie zur S-Bahn. Man muss dazu sagen, ich hab einfach mal so ein Bus da reingeklatscht. Wir wissen ja alle, wie ich mit einem Gelenkbus fahren kann. Die können alle meckern. Dann werden wir... Okay, dann fahren wir mal in die nächste Linie, dann mal mit dem Kappa City. Ähm, hat Starwark ein Kappa City von Aachen nach Stadtbus drin? Topi, weißt du das zufällig? So, das wollen wir natürlich nicht. Bus steigt zwei vor, naja. B-b-bam. Und dann kannst du dir echt einen ablachen. Besslauer Platz, Sprühndorf, bitte. Oh, der Digger. Hahaha, das stimmt. Besslauer Platz, Sprühndorf, bitte. Besslauer Platz, Sprühndorf, bitte. Manchmal diese automatischen Weiterschaltungen, die sind... Bei manchen Sachen echt zu schnell. Oh, ich darf nur 20 fahren. Ach, stimmt, hier bin ich ja schon mal geblitzt worden, ich erinnere mich. Da gab es ja auch ein schönes Foto von mir. Da hat es einen Blitz gemacht, da kam so ein Fausthauen-Handschuh raus. Voll auf die 12. Gut, wenn keiner mit will. Danke fürs Gespräch. Ja, da wird's auch Puffmacher, ne? Wenn ich den Kuggerett... Oh mein Gott, ey. Ich bin halt wieder so richtig... Eins kann ich euch... Eins kann ich euch jetzt schon sagen, bevor ich heute dachte, ich durfe kann. Und wie jetzt meint hier einer, dann morgen zu fragen, na, wie war dein Stream gestern? Ich hab gehört, du warst ein bisschen lost unterwegs. Ach, der Erste. Der Erste, wo eine Fahrkarte kauft. Ich glaub's ja nicht, ey. Was für eine Premiere hier. Das ist doch mal auf jeden Fall ein Applaus wert. Ich hab's leider noch nicht. In Dezember ist es soweit. In Dezember wird hier, äh... Oh, er wird dann, ähm... Wird sich Premium geholt. Dann wird hier kontrolliert, ey. Ach, direkt zweimal Polizei. Ach, guck mal. Ein Elefantorollschuh ohne blaue Licht. Das ist auch nicht schlecht. Äh... Oh mein Gott. Ey, ich wollt grad sagen, was ist das denn? Zweimal im Kreis fahren? Jetzt habt ihr mich aber voll erwischt, ey. Jetzt habt ihr mich aber voll erwischt. Ja, bitte abfahren, schmeiß. Aber das ist auch geil gemacht, ne? Du fährst hier im Kreis. Jetzt habt ihr euch mal vor, das wäre so eine kleine Burg, die hier steht, ne? Äh... Ah, doch vorne. Eine kleine, schöne Burg. Tief ins Tal gucken könnt. Das gefällt. Das wird mir auch mal gefallen, ey. Guten Tag. Die Burgtour. Aber wird es so eine Stelle in Relife geben, und dann könntest du voll ins Tal gucken und hast einen schönen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang. Das wäre... Das wäre... Boah. Da, die Wohnung werde ich nicht freiwillig hergeben wollen. Ah, Mann, da, Mann, da, knallt er. Tanz. Wollen wir mal jetzt meinen digitalen Talografter gucken, oder was? Herrlich, herrlich, sag ich ja nur. Hoppala. Ja. Hab noch woanders hingeguckt, weißt du doch. Metzgerei Kröger. Und ich war mal glühbar. Ach, scheiße. Heißt es, ich würde jetzt zur Schlachterei gehen. Bin wieder da, Schatz. WB-Mausi. Magdalenenkrankenhaus. Ja, Magdalenen... Was sagen wir? Einfach rollen lassen. Was? Das soll ein Huppel gewesen sein? Willst du mich verarschen? Ich habe ja gar nichts davon gemerkt. Also für den Fahrstil hier setzen 6. Oh ja, wie ich es mir doch gedacht hatte. Da soll ich mal mit Kappa City durchfahren. Naja, wer ist jetzt von RTW, wäre es auf jeden Fall eine Behinderung. Aber eine schöne Abwechslung. So, was machen wir? Wir holen uns jetzt mal die Vorfahrt. Kurven schneiden erlaubt. Oh, endlich wieder normale Straßen. So, ist brav. Also bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir auch diese Strecke. Ja, nur zu schnell, ne? Also die Zappel-Philippe hier. So. 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 Fall der Schauer, also ruhige. Na ja. So, ich muss gerade noch schnell was gucken. Jawohl, perfekt. Perfekt, so will ich das. Das Teil ist unterwegs für Osa. Es dürfte morgen ankommen. Kann man ja mal was sagen. Ach doch, jetzt sehe ich das, wo ich reinfahren kann. Oh Gott. Ich darf mich vorstellen, ich bin heute der lustige Pfad. Wir nehmen heute mal schräg, schräg alles mit, was du mitnehmen geht. Oh mein Gott. So, ist die schicken Wildshakes da hinten. Sind die schon fertig? Oh mein Gott. Ja, willkommen bei dem Typ, der die Karte nicht kennt. Und jetzt haut er sich nur nach Verspätung rein, alles klar. Naja, ist ja nur noch eine Haltestelle. Ey, das war die zweite Lost Boy-Fahrt, ey. Ein Glück, dass ich die Aufnahmen da draus schmeiße, ey. Ne, ne. Die veröffentliche ich dir mal so mit. Weil ich hab, ich hab halt, ich hab nicht gesehen, dass das halt so eine Coole ist, dass halt der Bus damit durchfahren kann. Ja, wie gesagt, ich hab, äh, ja. Achso. Das stimmt, das stimmt. Sag mal, heißt das, ich muss jetzt hier links, rechts und dann... Wo ist dein Hof? Wo ist dein Hof? Oh mein Gott, ey. Nein. Was ist denn da in der grün? Die war nicht grün. Hör auf, jetzt. Chiro. An. Da bring ich mich noch im Kopf und Kragen. Ähnlich? Hör auf, jetzt bring ich mich noch in der Aufnahme, ne, äh, das ist also... Hör auf, jetzt muss ich mal in der Aufnahme, ne, äh, das ist also... Hör auf, jetzt muss ich mal in der Aufnahme, ne, äh, das ist also... Dankeschön, das wünsche ich dir auf jeden Fall auch und schön, dass du da bist. Aushilfsfahrer, ey, schwör. Ja, ich weiß, ich glaub, ich krieg irgendwie gesetzte sechs was mit, was, äh... Naja, hauptsache, wir haben wieder eine lustige Aufnahme im Kasten, ne. Ja, du, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Bye. Lustig. Ah. Ja, ich wollte schon grad sagen, ey. Ich wär jetzt einfach hier wieder Straßenbahn runtergefahren. Och Gott, leck mich nicht, dich, ey. So, heute ist wirklich... Ich fühl mich heute so wie der Handschuh, ey. Der klebt und dann fliegt der irgendwann weg. Schon wieder geblitzt, ey. Meine Güte. Ich habe mich. Ich hab's auch eilig Nein Oh mein Gott Jetzt sag mir bitte nicht, dass es noch die falsche Haltestelle ist Weiß ich nicht Keine Ahnung Ach na super, lass mich raten